Hallo Leute, heute ist 28. Dezember. Was ist am 28. Dezember? Mein Geburtstag! Ist gut? Leute, ich habe gestern Abend mit meiner kleinen Schwester gewertet. Wenn ich bis zum nächsten Weihnachten 15.000 auf YouTube schaffe, dann muss sie mir einfach Apple Watch kaufen. Deswegen abonniere mich bitte! Und heute zeige ich euch meine Geschenke. Sie hat gesagt, ich soll nicht schreien. Heute möchte ich euch meine Geschenke zeigen. Ich bin sehr dankbar. Wirklich, die Geschenke sind echt übertrieben. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, dass ich sowas verdient habe. Aber ich möchte euch die einfach zeigen. Ist gut? Ich habe so tolle Geburtstagstorte bekommen. Ich liebe Süßigkeiten und schaut mal bitte das an. Es war bis hier und meine Familie hat alles aufgegessen. Danke! Ich habe noch mehr Süßigkeiten bekommen. Leute, ich habe zum Geburtstag auch das hier bekommen. Ich bekomme immer eins. Und dieses Jahr habe ich so eins bekommen. Dann habe ich so einen Schall bekommen. Ich weiß, es ist schön. Ich habe noch mehr Schokoladen bekommen. Für meine Schwester habe ich noch ein Skizzenbuch bekommen. Damit ich... Ich weiß nicht, wie das heißt. Aber es leuchtet. Das ist Itachi. Ich liebe Naruto. Und zusätzlich habe ich noch eine Tasse bekommen. Hier ist Naruto und hier ist Sasuke. Damit kann ich drängen. Ich weiß nicht. 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 Ist gut? Meine Schwester sagt, zeig doch was das kann. Dann habe ich Swarovski Ohrringe und Swarovski Armband bekommen. Von meiner Lieblingsschwester. Ich habe nur eine. Aber die ist meine Lieblingsschwester. Habe ich mein Lieblingsparfüm bekommen. Ich habe glaube ich 10 Flaschen davon leer gemacht. Auf jeden Fall riecht sehr nice. So Badezeug bekommen. Sollte gut riechen. Ich habe Niki Laura bekommen. Ich habe dann von meiner besten Freundin Pflegeprodukte für mein Gesicht bekommen. Leute. Das Ganze ist einfach Naturkosmetik. Das benutzt sie selber. Das benutzt meine Schwester. Und es ist einfach unglaublich was das hier kann. Und ich möchte das auf jeden Fall ausprobieren. Ich werde das irgendwann mal auf TikTok oder auf Insta hochladen. Ob das geklappt hat. Deswegen schaut mal vorbei. Ist gut. Ich habe von meinen Eltern ein bisschen Geld bekommen. Ich habe noch Blumen bekommen. Und ich habe das hier bekommen. Leute das ist so nice. Ich muss es direkt anziehen. Das beste Geburtesgeschenk was man machen kann. Wirklich toll. Ist gut. Und zum Schluss habe ich einfach ein iPad bekommen. Mit Apple Pencil. Das ist so krank. Ich komme immer noch nicht klar. Und Leute. Ich liebe Vans. Ich habe drei Paar Schuhe davon. Und jetzt habe ich noch mehr bekommen. Und zwar. Tada. Das ist so schön. Und Leute da ich wirklich erst jetzt damit anfange. Und mich wirklich verbessern möchte. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt. Oder wenn ihr mir sagen könnt wie ich mich verbessern kann. Schreibt mir einfach sehr 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 gerne auf Instagram. Ist gut. Falls ihr noch mehr Videos von mir wollt. Dann wie gesagt abonnieren. Und das Video liken. Und ich wünsche euch schon mal einen guten Rutsch. Und ich hoffe dass 2021 besser wird als 2020. Ist gut.